Was ist die Tumore der Hirntumoren? Es gibt viele verschiedene Formen von Hirntumoren, gutartige und auch bösartige. Die Tumoren unterscheiden sich maßgeblich daher, wo sie entstehen. Solche, die im Gehirn selber entstehen. Ganz typisch und die bestbekannteste Tumorart sind die Gruppe der Gliome. Die der gestreuten Tumoren, sogenannte Metastasen, die von anderen Tumoren ins Gehirn streuen. Und auch solche Tumoren, die zum Beispiel an den Hüllstrukturen des Gehirns entstehen, sogenannte Meningiome. Andere, die auch hormonaktiv sind, zum Beispiel Hypophysenadenome. Die Symptome der Hirntumoren hängen üblicherweise von dem Ort der Entstehung im Gehirn ab. Liegen sie neben dem Bewegungszentrum, kann es zu epileptischen Anfällen zum Beispiel kommen oder aber auch zu Ausfällen wie Lähmungen. Solche, die im Gefühlszentrum liegen, machen halt Gefühlsstörungen, je nachdem, welcher Ort des Körpers im Gehirn repräsentiert ist. Es kann Sehstörungen geben, Sprach- oder Verständnisstörungen, manchmal aber auch Bewusstseinsstörungen oder auch psychische Veränderungen. Hirntumoren werden in Abhängigkeit vom Tumortyp ganz unterschiedlich behandelt. Es kann bei den gutartigen Tumoren sein, dass wir gar nichts tun müssen und einfach kontrollieren. Manchmal müssen wir operieren, je nach Lage und Größe. Manchmal oder eigentlich überwiegend wird die Strahlentherapie eingesetzt. Und sehr häufig muss zum Beispiel bei Metastasen doch der ganze Körper behandelt werden, zum Beispiel immuntherapeutisch oder auch chemotherapeutisch.